Robin Weber hat aufgesessen unter der Hilfe von unserem Trainer Sascha Smertzeg. Jetzt geht's los, Kings Hollow. Im ersten Saisonstart hier am Düsseldorfer Grafenberg, die angereiste Teilhaberschaft. Ist nervös und gespannt und jetzt wünschen wir euch zuhause viel Spaß beim Livestream und Kings Hollow. Alles Gute, Hals und Bein. Jetzt geht's zur Bahn.